Hallo Leute und Willkommen zu der 2. Folge Minikroft Ja die 2. Folge Minikroft Ich weiß immer noch nicht wie das Projekt heißt Schreib deinen Projektnamen in die Kommentare Und mit dabei Ja und mit dabei ist der Fighter? Ja 008 Ich weiß nicht wie ich heiße Ja äh ich bin grad hier bei äh Fighter beim Haus Das nicht mein Haus ich baue es grad für ihn Ja ich baue es grad für ihn Für ihn Böbel Wenn Ja Man sagt ja es Ja Und hier ist mein Fass Mein Bierfass Nein Spaß Also ich wollte mal Alkoholiker bist Ich wollte halt mal sowas bauen Und ich hab's halt noch nie gemacht Das sieht gut Das wird noch besser aussehen Es wird noch ein bisschen anders Bald Ja es wird ein bisschen anders Dein Haus muss ich auch noch zu Ende machen Ja Und hier Ja Und ja ich hab schon die Equipment Ich hatte schon 10 Dias Und wenn ihr fragt was mit dem lieben Toxic Flux ist Der ist Auch hier drauf aber Da seht ihr wer schon alles drauf ist Also grad nur zwei Leute aber Egal Ja Kann ich Sachen mit Erde anzünden? Nein Hauptsache du frei fragst so was Und ja und ich hab auch einen Zaubertischen zu Ähm ja warte mal ich gibt dir was Kann man Kohle mit nem Stock abbauen? Nein Ja Ich baue mal so lange ich so was quatsche Ja ich sag nochmal kurz so ein bisschen über was mit Toxic Flux ist Kann man ohne Kartoffeln essen? Nein Das sind giftig Ähm Aber das wusste ich doch Ähm Ich darf jetzt mal reden Ja ok gut Ähm was wenn ihr euch fragt was mit Toxic Flux ist Er Ey ich kann grad nicht Also er schützt Das fragen sie sich nicht Ja Vielleicht Vielleicht Hier schaut jemand von Seiten Vielleicht guckt er gerade zu Ja aber dann muss man sich das ja nicht fragen Ja Ja und er kann auch nicht in die Party weil ich sonst zu viel wäre Und weil ich ihn dann nicht schlagen könnte Warum könntest du ihn dann nicht schlagen? Ach scheiße Ja wegen wenn die Sache hier mit ihm Mit ihm weißt schon was Wenn das zu Ende wäre Dann hätte ich ihn dann könnte ich ihn schlagen Und das richtig hat ihn fressen Und dann kannst du Pommes essen It's Frank Nein ich mach das nicht Na wenn er mich richtig Kannst du überhaupt Deutsch sprechen? Nein kann ich nicht Ich bin Russe Na Na Ja dann kannst du trotzdem Deutsch lernen Na Na klar kann ich Deutsch Kacke Ja aber dann sag das doch sofort Ja aber Das war Ironie Hätte ich jetzt nicht gedacht Kann sein dass beides gerade Ironie war von uns beiden Ich denke schon Nein Nein Okay Ich hätte lieber ganz meinen Mund Na gut Und wenn Ich glaube er Der liebe Toxic Flux Er schreibt gerade was Aber nur wir sehen es nicht Weil ich den ganzen Chat Sturm geschalten habe Aber extra Weil sonst schreibt er noch irgendeinen Platz wie Ich hab mir zwei Eisensachen aus deiner Truhe geklaut Ja kannst du Ich hab eh Ja Und dann den Bogen mit 14 Fallen Stopp Das war meine Das war meine Ich muss kurz was machen Ja Mach das Na gut Es sieht schon besser aus Nur mein Problem ist Das Portal Muss ich nochmal abbauen Und nämlich Der Falter ist wieder der Ja moin Jube Ich werde mit V geschrieben Und man sagt dann nicht weiter 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 Ist halt so Die sagen das immer Sagen die wirklich weiter Die sagen immer weiter Ja ja Die sind weitermacher Also die sagen immer weiter Was sagst du ist ein weitermacher Hört sich das einfach nur dumm an Weiß ich Weiß was ich sage ist dumm So gleich muss ich Vielleicht muss ich das Hobby Ein bisschen nach oben tun Ich geh in das Was meinst du heißt es die Nutella oder das Nutella Weiß ich nicht Ich auch nicht deswegen frage ich dich ja Nur weil ich ein Deutscher bin Ähm weil ich kein Deutscher bin Fragst du mich das Du bist mehr Deutscher als ich Ich bin noch Ich bin noch Russe Das weißt du noch Ich komm von nach Hause Ich heiße Harald Oh nein In der Schule gesagt Ja Also wir haben so Pommesbude gespielt Da hat jemand gefragt Wie heißt du Ich sage Harald Dann sagt er von wo kommst du Ich sage Zuhause Dann sagt er irgend noch was Was ist dein Hobby Ich habe gesagt Harald Was auch immer was bedeutet Und dann hat er gefragt Wann warst du zuletzt beim Friseur Ich sag einfach morgen Morgen Ja Deutsch ist am Start Da merkt man Beim Friseur war ich morgen Ja Morgen gehst du wieder zum Friseur Geil Kannst du gestern Minecraft spielen? Ja kann ich ne Sehr gut sogar Belastend 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 Ich überleg grad wo ich jetzt Ich will das Feuer an Ähm ja ich muss Sohn 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 Oder du kriegst keine Pommes Pommesböcker Nuggetsko und damit hallo Ey diesen Spruch habe ich jetzt von meinem Cousin Grempf so abgezockt Weil ich den Abzocker bin Abzocker rocken Nein Spaß Ich spiel doch nur Pommes Pommesböcker Nuggetsko und damit Hallo Oh klar Hola Noo Ey schreib mal in die Kommentare Was sind ihr eigentlich besser Coca-Cola oder Pepsi Ich will Coca-Cola besser Ich weiß nicht Ich mag beides Wir haben meine Eltern haben zu viel Pepsi gekauft Jetzt bin ich schon Coca-Cola Ich trinke viel mehr Coca-Cola Coca-Cola Moment am besten Ja die Glas sagt Ja die Glasflaschen sind so richtig geil Schmecken einfach nur so episch Und Fighter du bist ja gerade so Episch Ja Genauso wie epischen Sieg ein Fortnite zu holen Ja In dieser Ziel also Das ist epischer Das ist gar nicht episch Wenn wir von meinen Zocken bekommen Ich bin die Cola Ach so Oh Ja Weißt noch dieses eine Video Was wir gedreht haben Und was ich nicht eben hochgeladen habe Ich übernachte ja heute bei dem Joksel Also kann es sein dass heute vielleicht noch ein Video rauskommt Ja Oder ein Stream Ja Wir reagieren wahrscheinlich auch auf irgendein Video Ja Ja Guckt rein Nein Spaß Ich kapier's nicht bei meinem Skin Von draußen ist es blau Sieht das aus wie eine Pommes und von innen sieht es aus wie ein Nugget Nein Nein und von Und von drinnen sieht es aus wie es wenn es abgelaufen wäre Dieses Wie eine Pommes Nein Pommes können nicht ablaufen Auch Ich habe noch nie gesehen dass eine Pommes abgelaufen ist halt wirklich Digga Wie sieht es immer Wenn sie jahrelang in der Mikrowelle lässt Digga wer lässt sie in der Mikrowelle Ich fress sie dann sofort auf Wasche Ich glaube ich weiß wer Du vielleicht versteckst du einfach eine Mikrowelle irgendwo und hast da Pommes drin Halt wirklich das könnte so nicht sein Das kann nicht so nicht sein Dann lauten die ab und du frisst die dann so noch Mh lecker schon mal ein Möbel nusisch Na was Na sag ich das so und dann Denken alle Das schmeckt ein bisschen nussig Das schmeckt ein bisschen so als wenn es einfach nur Rohwer Ey gestern hatte ich Pommes Und eine Pommes schmeckte so als wenn die nicht Nicht mal Erhitzt werden So Gewürgen Weil Da merkt man schon wieder dass ich Ich bin auf einer anderen Welt gekommen Um die Botschaft zu bringen Die Pommes sind fertig Ähm ja kannst du wieder reingehen Die Pommes sind immer noch nicht fertig Ich muss pennen Tschüss Geh ihn nicht lieben Sonst muss ich dich wieder einladen Wenn du weißt ne Oh hi Ferdinand In 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 I Scherze, hoffentlich sieht er es. Bist du schon im Nerder? Im Nerder? Ja! Okay, dann fehlt jetzt noch Tuxi Geflugs. Warte mal, ich schreibe ihn kurz. Oh, gut, er ist auch pinnen gegangen. Er musste wahrscheinlich gerade noch die, ähm, ja. Ja, noch kurz sein, noch esliges Raus bauen. Nein, Spaß, wenn du siehst, dein Haus sieht momentan wirklich nie so gut aus. Ich seh alles, ich bin Beobachter. Nein, Spaß, ich beobachte ihn nicht. Wie ist er da? Wo heißen du? Ich hab gerade ganz weg was gelabert und ich dachte, du hörst mir zu. So sind die Freunde heutzutage. Ich bin wieder aus dem Nerder gehen. Ja, dann kannst du wieder kommen, aber nur wenn die Pommes schon fertig sind. Die Pommes sind noch nicht fertig, aber diesmal. Und der Köfte? Du hast keinen Köftespieß. Doch, du machst jetzt einen Köftespieß. Na, Spaß, ist gut. Äh, einfach ganz so gut gesagt. So, was wollte ich nochmal machen? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte hier eine Farm hinbauen. Ein so geilen Köftespieß. Ich hab mal von diesem scheiß Köfte. Köfte, Köfte, Köfte. Köfte. So, so einen mega geilen Köftespieß. Hast du schon mal einen Köfte gegessen? Nein. Ich auch noch nicht. So, ich mach mir natürlich eine Steinhacke. Der Meise. So, 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 so. Entschuldigung. Oh, wer ruft denn mich da an? Oh, es ist der. Wer bist denn du? Wann endet denn das Video? Weiß ich nicht. Ich glaube, klar ist. Ja, da... Ja, also ich... Ja, also ich würde sagen, Ciao. Leute, bis zum nächsten Mal und abonniert, nicht vergessen und liked das Video. Dankeschön und froh mal. Los, den Song.